Also gut liebe Leute, Handheld Stream, ich habe das längere darüber geredet, dass ich hier etwas derartiges vorhabe Und heute ist der Tag gekommen, wir werden den Handheld Stream machen Handheld Stream bedeutet in dem Fall, wir werden uns einige Handhelds anschauen Wie zum Beispiel für den Anfang die Switch, denn die Switch ist in der Tat ein Handheld Und dementsprechend dachte ich mir, hey, fangen wir mit dem langweiligsten und neuesten Teil an, was es so gibt Und viel langweiliger, neuer als die Switch werden wir nicht werden Der Lümmel spammt doch, der spammt doch, erzähl mir doch nichts, der ist doch ein Spammer Ich hätte nicht auf Super schwer stellen sollen Das war erstmal genug geballte Switch-Action Seht ihr das? Das ist der sogenannte Superboy Und der Superboy zeichnet sich dadurch aus Oh, wenn ich jetzt SNES-Controller da hätte Der Superboy von Hyperkind zeichnet sich dadurch aus, dass es ein SNES-Handheld ist Was ist an sich nach einer, ich meine, ihr seht, ich habe ein gutes Spiel zur Seite gelegt, okay Was an sich nach einer unglaublich coolen Sache klingt, es ist auch ziemlich cool Er hat aber einen gewissen Nachteil Er hat das Spiel nicht erkannt Ich weiß nicht, wie die von Hyperkind das hinbekommen haben Dass die beiden beschüssten SNES-Handheld ein 16 zu 9 Bildschirm verbauen Und nicht nur verbauen, soll das Spiel auf 16 zu 9 stretchen Und einem nicht die Möglichkeit geben, es auf 4 zu 3 zusammen zu quetschen Ich meine, wie, warum, warum ist das Bild gestretched? Wer war der Meinung, dass das eine gute Idee ist? Und ich würde sagen, wir machen eine geile Wii-Party heute Wir haben, geh mal zur Seite Wir haben Kick-Off Wir haben, ich habe absolut keine Ahnung Und wir haben Anime-Mädchen mit Bisa Knosp Sind alles irgendwelche crappy japanischen Spiele, die ich mitbestellen konnte Und ich würde mal sagen, wir werfen mal einen Blick darauf Ihr werdet jetzt kommen glauben, aber bei den 10 Spielen für, keine Ahnung, 20 Euro So, die ich bekommen habe Die sind tatsächlich alle scheiße Fucking my young Warum startet das nicht? So, erkennt ihr das Spiel? Er erkennt das Spiel Okay, Leute Es ist Zeit für Es ist Zeit für Bisa Knosp-Chan in den Kampf zu ziehen Puyo Puyo habe ich mir sagen lassen Was ist euer Lieblings Puyo Puyo? Ich habe mir sagen lassen, dass Puyo Puyo Von Sonic relativ beliebt sein soll Oder Puyo Puyo Tetris Das ist also das Original Welch aufregender Spielspaß Mir fehlen fast die Worte, würde ich sagen Mann Bin ich froh, dass ich dieses Spiel bekommen habe Wahnsinn Das nächste ist Dicke böse Frau in schlechten 3D Oh, das funktioniert nicht Oh, SNDS-Spiele Der Moggi, der hat natürlich noch mehr SNDS-Spiele Machen wir uns an der Stelle nichts vor Denn ihr seid vielleicht damit vertraut Liebe Leute, ihr seht richtig Das ist ein sogenannter Gameboy Es ist nicht nur irgendein Gameboy Sondern es ist ein Gameboy Mit dem Digimon-Gütesieg Was an sich, denke ich, schon mal Für sich eine sehr, sehr gute Sache ist Nachdem ich eine gigantische Gameboy-Spiele-Sammlung habe Gönnen wir uns was Das sind nicht alle, die ich habe Aber wir hätten Tetris, DX oder Pinball So, pass auf Wir machen jetzt so Und dann machen wir Geh rein So Und jetzt schaut euch das an Dieses Fuck-Teil funktioniert nicht Ich hätte meine Spiele vielleicht sauber machen sollen Bevor ich das angefangen habe Der Super Gameboy Schaut euch die Scheiße an Jetzt werden wir auf 16 zu 9 gestretcheden Gameboy spielen Ich habe einen regulären Gameboy noch irgendwo Aber der funktioniert nicht mehr richtig Das heißt, ich muss mir irgendwie anders weiterhelfen Und ich denke, das ist definitiv mein persönlicher Gameboy-Ersatz Ich glaube, wir sind da ziemlich gut dabei Und als nächstes haben wir Nehmen wir wieder ein gutes Gerät Ein Gerät, welches zum einen relativ schmutzig ist Weil ich auf ihm sehr, sehr viel spiele Und zum anderen Ich glaube, das haben wir schon angesprochen Bin ich der Meinung, dass das wahrscheinlich der Beste Handheld ist, den es bisher gab Ehrlich gesagt, einfach von der Spielauswahl her Der gute alte 3DS Nicht der 3DS XL, sondern der Der Oldschool 3DS Sogar der legendäre 3D-Pokedex Ja, die Scheiße Gunman Clive 2 Habe ich nie so noch nicht weit gespielt Aber ich hätte es da Mario und Luigi Paper Jambros Habe ich bestimmt für 10 Minuten eingespielt Was für ein Fuck-Spiel Pokémon Trading Card Game für den Gameboy Denn natürlich Natürlich Denkt ihr, dass der SNS mal ein bisschen die einzige Konsole Auf der wir heute Gameboy-Spiele spielen werden Natürlich nicht, ihr Idiot Natürlich nicht Wir hätten hier noch ein bisschen Hier hätten wir noch was Pokémon Trading Card Game Fantastisch Was haben wir sonst noch? Dragon Ball irgendwas Ich meine, wir können hier mal Nein, nein, du nicht Du bist leider kein gutes Spiel Du bist leider absolut kein gutes Spiel Das ist die Action, für die wir hier sind Seht ihr? Der Stream heißt Irgendwas mit Handheld Und hier sehen wir die geile Mario Land 2 Action Auf dem 3DS Ich würde sagen Ich habe nicht zu viel versprochen An der Front Das besondere Feature vom 3DS Worüber ich reden wollte Was wir uns definitiv anschauen müssen Ist, wir spielen jetzt in 3D Wow Die Kamera kann das gar nicht Das sind zwei Bilder Welche man immer nur von jeweils Von einer Seite sehen kann Und so funktioniert der 3D-Effekt Das ist relativ interessant Ich glaube, ich sehe doppelt Wir alle Wir alle Wir alle Der nächste richtige Handheld Den wir haben Ist dieses wundervolle Stück hier Das, liebe Leute Ist ein Sega Game Gear Und Sega Game Gear Ist an sich ein Handheld Welchen ich durchaus zu schätzen weiß Wisst ihr was? Lass ihr mich anmachen Ich habe Sonic gerade drin Wo mache ich den denn an? Das ist übrigens das Sonic Spiel Für den Game Gear Was wir gerade sehen Und was dieser Handheld Im Game Gear Voraus hat Ist Erstmal Er hat fucking Farben Ist im Großen und Ganzen Ein Master System tatsächlich Von der Power her Im Großen und Ganzen Es gibt auch so eine Datum Mit dem ein Master System Spiel darauf spielen kann Und ist an sich Ein sehr, sehr cooler Handheld Der auch unerwartet viele Spiele hat Man erkennt es überhaupt nicht Das Problem ist halt Dass man auch Wenn man es richtig besitzt Kaum was erkennt Oh Gott Das ist fürchterlich Ich entschuldige mich Man erkennt absolut gar nichts Oh Man erkennt nichts Schau euch das an Outrunner ist ein Spiel Welches auf dem Game Gear Tatsächlich sehr viel besser Funktioniert als Sonic Wie ich finde Yeah Schau euch das an Ich höre dir die Musik Das ist der heiße Scheiß Outrunner ist so ein cooles Spiel Und es funktioniert Es funktioniert auf dem Game Gear Unerwartet gut Und ich meine Es ist grafisch Das Zeitfrist war 6 Batterien Welche unglaublich schnell leer sind Ich glaube nach 3 bis 5 Stunden Oder so Aber es ist grafisch durchaus Es hat durchaus was zu bieten Schau euch die Scheiße an Das ist ein bisschen mehr Als der Game Boy konnte Und es gibt eigentlich auch Echt viele coole Spiele Ich glaube der Game Gear ist Das Problem ist Wenn der Bildschirm Nicht so unglaublich scheiße wäre Und man darauf kaum was erkennen könnte Weil es so blurry wäre Ich würde mir unglaublich gern Mehr Spiele dafür kaufen Weil ich tatsächlich Ich mag das Teil Es ist Es ist ein sehr cooler Handheld Als nächstes Werfen wir einen Blick Auf etwas Klassisches Das war die ursprüngliche Motivation Weshalb ich den Stream überhaupt Machen wollte Und zwar wurde ich gefragt Ob ich nicht mal Ein paar Game at Watch Spiele im Stream spielen will Hat es ja nicht so entgegeben Wie ihr seht Ich habe auch keinen Originalen Game at Watch Das ist von der Nintendo Classics Mini Classics Collection Ich habe keine Ahnung Das ist auf jeden Fall Game at Watch Und das ist ein ganz besonderer Game at Watch Zum einen Lass mich den erstmal Zum ersten Mal anmachen Ich hoffe das funktioniert Das Fackteil Das ist Fucking Zelda Hm Wie mache ich dich an? Continue Ja Das ist Game at Watch Zelda Moment Oh Gott Das ist Das ist Zelda Game at Watch Wusst ihr dass das existiert? Man erkennt nicht wirklich viel Ja das ist die Natur Von diesen Spielen Was war ich auf dem oberen Bildschirm los? Mensch das ist ja aufregend Man kann das Triforce sammeln Und einen Drachen bekämpfen Und sowas Mann das ist so fucking aufregend Mir fehlen die Worte Ich bin so stolz Dass ich dafür 60€ ausgegeben hab Das ist die gute alte Arcade Machine Oh was wollen wir denn spielen? Oh das ist so fürchterlich Ich meine ich mag das teilen So design technisch Verstehen wir nicht falsch Aber Oh das ist fürchterlich Wir haben sehr sehr interessante Spiele Welche tatsächlich alle Absolut keine Ripoffs sind Das heißt wenn euch ein Spiel Vielleicht bekannt vorkommt Also geht es wahrscheinlich daran Dass das äh Inspiriert ist von einem Äh anderen externen Spiel Machen wir das einfach mal Oh ich muss äh Ich muss das Zeug alles hier Abprallen lassen Mensch das ja Da sind halt wirklich Wirklich viele Spiele drauf Auf diesem Teil Seht ihr das? Ich bin quasi so eine Art Gott Dieses fucking Spiel Was ist das denn? Was mache ich hier? Habe ich irgendein Ziel? Ich glaube ich will aufhören Das zu spielen Oh mein Gott Leute Es ist das HDM Remake Von Duck Hunt Oh Gott Nein die Enten Nein Die Enten Die Enten Ich soll nicht die erwischen Der Hund lacht mich aus Aber Wie soll ich sie da davis Yes Oh es ist das 4D Dacard Von dem ich immer geträumt hab Ich hab in vierlei Hinsicht Meine Zweifel an VR Tennis Was Was Hä Ich bin nicht gerade Was Das sieht gut aus Schauen wir uns das an Ich dachte das Hangy Sex Spiel Wäre ziemlich majestätisch Aber ich hatte ja Keine Ahnung Au Nein Hör auf die Steine mitzunehmen Den Steine musst du ausweichen Mögt ihr Fußball? Ich hoffe doch Das war ziemlich gut Aber ich denke Das ist ein guter Name Für ein Spiel Exist Das heißt Dieses Spiel Es existiert Und aus dem Weg Großer Fisch Hindere mich nicht daran Zu existieren Viele sagen Blut im Stuhl Ist ziemlich cool Aber ich sag Auch wenn es ist schick Mach ich nicht mit Steht ihr Mensch Da freut sich Der kleine Blutbeutel Cool Liebe Leute Ich würde sagen Das war so Mein kleines Handheld Showcase Vor der Kamera Für heute Ich glaube Es war Im Endeffekt Relativ unterhaltsam